Apropos morgen, ähm, es ist morgen, also geht's jetzt weiter. Alter, wer ist denn hier? Hat der gerade auf mich geschossen von unten? Irgendwann ist das gerade von hinten auf mich geschossen, aber so schnell kann er auch gar nicht schießen. Geh ich halt wieder hoch. Feierabend hier. So, bumm. Können wir nicht alle mal. Schieß ich gerade durch den Bohnen durch? Scheint so. Ja, ich bin so schön, Bohnen durch. Ich bin so schön, Bohnen durch. Na gut, ich meine, die Waffe haben wir an sie schon, aber gibt's dafür nicht sowas wie Munition? Achso, ja eh, warte mal kurz, die nutzt ja rote und blaue Mana. Wenn man, wenn die das macht, geht man damit auch blaue runde Bote, ja, sie lehnt Mana auf. Ist der Herz allerliebst, vor allem jeweils so 20, das reicht gerade mal für einen ältigen Schuss, das bringt also genau gar nichts. So, ok, dann kommt man irgendwie noch, ah, ich wollte gerade sagen, man konnte noch irgendwo in diese Dinger rein, aber dann hat mich dieses Lieder der Dinger da angelächelt und immer wenn Lieder ist, ist das Prinzip, ah, ist das auch auf? Nein, da gibt's hier nochmal einen Schalter für, sehr schön, Chaos the Voice. Aber wenn das das Chaos the Voice ist, was ist denn das andere für ein Ding? Aber wir haben hier noch so ein Herz, so ein deutsches rotes Kreuz, hä, wo bin ich jetzt da? Ich hab keine Ahnung. Äh, Quickload, ja. Tja, was hier, äh, ich, ich muss doch mal hier gucken. Was hab ich mir mal guckt? Äh, muss ich mal gucken wegen, ähm, Alkzentbeschreibung. So, das heißt, wir haben jetzt hier alles, oder? Also hier haben wir jetzt mindestens, glaube, drei Sachen eingesammelt. Ich geh dann einfach mal wieder zurück. Ja, sehr geil. Okay, das heißt, wir müssen jetzt nochmal, ähm, ja, die anderen Beine halt rein. Ich geh mal zuerst, ach, wir fangen einfach wieder hier an. Ach, jetzt ist die Tür offen, na, leck mich doch am Arsch. Ja, hier, jetzt sind die Türen offen. Hm, wir sind nicht erwünscht, wir sind nicht erwünscht, wir sind nicht erwünscht, nein, nein, nein. Ist das denn überhaupt eine Hilfe? Ist das fucking kidding me? Gut, dann ist das mal noch die andere Tür, damit wir alle mal schon rauslocken hier. Deine Mutter, warum hängst du denn da fest, du Arsch? So, das sieht mir aus wie so ein zentraler Flur. Was ist das jetzt, was ich mache, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ist das definitiv nicht gesund. Naja, das ist überhaupt nicht gesund, ich geh ja schon wieder raus. Tschüss. Wo, Alter? Das Problem ist immer, ich will so viele Gegner wie möglich mit einmal anzapfen, damit meine Waffe so effizient wie möglich arbeitet. Aber zum anderen ist es halt, ja, auch sehr riskant, wenn es dann mit einmal ganz viele werden. Also... Oh, wow! Wo kommt denn der auf einmal her? Hinter mir war doch alles frei. Okay. Scheiße. Alter, ich wollte gerade überlegen. In der Map brauchten wir noch zwei Teile, ne? Das heißt, das war jetzt ein Teil, wir brauchen also noch ein Teil. So. Und haben aber auch erstmal schon viele Hexen... ...bekommen. Wir sind aber auch ein bisschen Boni. Das... ...gleich das Ganze, wie das ist jetzt ein bisschen aus. So. So. Was ist das hier? Was ist denn da in dem Homeloch? Ach, Mann! Ah. liga- Oh, Mann! Was ist das hier? Ich bin von da. ich habe hier haben wir jetzt alles das heißt wir können jetzt mal ich höre aus der richtung das ist wahrscheinlich zu folgen oder die feuerflammen ja das war nett war so ja ja so ja Oh Da kommt mal alle her. So, aber hier ist ruhig, oder? Nicht, dass hier jetzt auch noch was ist. Nicht, dass hier jetzt auch noch was ist. Ja, schalt ruhig zu sein. Kann ich mir kein Mal noch rüber? Ja, man kann. Oha! We America! Alter, wie die folgen, ey! Die können doch beschärfer abbiegen, als ich dachte. Ey, das haben wir jetzt alles! Boah! Rahaus! Feuer frei! Alter! Okay, wir haben damit, ähm, drei Drittel. Ich bringe aber trotzdem nochmal die ganze Magier um jetzt. Einfach, wo ich das grad kann. Das geht nicht, scheiße! Ich dachte, das war krass, oder überplan. Ah doch, geht doch! Weil, weil die alle versuchen, mich anzuvisieren, und dabei aber im Kringel gehen, streifen die alle dabei über den Boden. Das heißt, ich kann die Magier umbringen, ohne dass die Magier mich umbringen können. Finde ich grad ein bisschen witzig. So, egal. Hier sind wir aber fertig, bevor wir noch mehr Viecher spawnen. So, ab nach Hause. Ist hier noch was gespawnt? Nein. Jutsche, dann müssten wir jetzt hier also auch drei Drittel haben. Sind wir? Falscher Raum. Jawoll, gut, da fehlt nur noch hier ein einziges Ding. Na ja, 20 Minuten haben wir noch. Dann würde ich mal sagen, das war jetzt mit dem Drachen, da hinten. Wahrscheinlich der Raum, wo wir auch gerade drinnen waren. Hätte mal sogar drinnen bleiben können, aber egal. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob sich irgendwas geöffnet hat. Da hinten diese Bedinger zum Beispiel. Ja, ihr habt was geöffnet. Und ich verliebte, ging grad davon aus, dass das einer war, der natürlich nicht schießen kann, aber... Da war ja was. Die können da schießen. Warum können da schießen, wenn ich den angreife? Leck mich halt am Arsch, Mann. Feierabend, ja. Dankeschön. So, das Ding ist offen. Sehr gut. Ist hier noch was? Oh, das ist noch eine Mengeaktivität. Okay, das machen wir von oben, wenn wir nach oben kommen. Ahhhh. Ahhhh. Immer der Moment, wenn man denkt, man öffnet ein Secret. Und dabei ist das kein Secret, sondern eine scheiß Falle. Was war denn jetzt dieser... Ah, das hat aber... Aber auf die andere Seite kommen wir doch gar nicht hin, oder? Ah, ich mach mal. Mach vielleicht doch am Arsch. Ich kann das nicht hin, oder? Du, 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 du... Du, 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 du. oh der schießt er schießt er schießt ist er tot siehst so aus es ist immer verdammt ruhig hier an die da unten so weiter hat sich verschoben hier sehr schön sehr gut aua mann warum können die das wer hat jetzt gerade was gemacht ich glaube es wurde jetzt gerade gemacht oh ja 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 Alter wie geil dass er da nicht durchkommt tja bist du zu fett hä bist ein richtiger Ronny komm stirb halt endlich mal langsatz antwort langsatz langwärter werden ja Also, will du stirbst jetzt bald mal, oder, äh... Wo ist denn jetzt hin? Ach, der erzeugt Magier! Das kommt der... Der perfekte Safe-Punkt! Aua! Ich hätte also nicht dahin gehen sollen? Boah, ist das ein geiler Effekt, Alter! Ui! Boah! Boah, ist das krank! Hüüüüüü! Boah! Habe ich gerade tatsächlich Scannerot bekommen, ey! Vor allem sowas auf der... Weil ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich direkt von GZ-Doomed war, sondern dass das tatsächlich auch damals möglich war. Und das... Wie gesagt, ich selber habe diesen Fall gerade zum ersten Mal gesehen, tatsächlich. Liegt aber auch ganz einfach daran, dass ich den Boss nie besiegt hatte bisher. Äh... Weil, wie gesagt, ich habe mich immer weggescheatet. Ich kam zu diesem Punkt nicht mal. Äh... 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 Moment. Moment mal! Äh... Äh... das ist hier nur für viele sich mit mir okay Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist hier los, was ist hier los? Alle in Reihe und Glied? Das nenne ich mal Reihe und Gliedabfertigung, ey, ist das ein Geil? Ich kann das den ganzen Tag machen, ne, Leute, also... Also, ich schätze, normalerweise soll das Ultraschwer sein, aber mit der Waffe ist das einfach nur lustig. Okay, da kommen die nicht raus. Oh, da ist jemand. Auch jemand, da ist ein Teleporter. Die soll jetzt mal wieder alle raus. Kommt die jetzt oder kommen die nicht? Ne, kommen die gar nicht durch. So, da ist ein Teleporter, auf der anderen Seite ist auch ein Teleporter. Ich frage jetzt, was hat das so bedeutet? Oh! 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 Oh, Alter, das war gerade mies, ey. Oh! Oh! Ohhhh! Oh! Oh, nichts ist der? Oh! 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 So, das war die Seite, wenn ich jetzt auf die andere Seite gehe, ach so, das ist noch hier, ach, da ist was aufgegangen, schau mal, da guckt, da ist ja was aufgegangen, ich komme da nicht klar mit, das ist ja noch ein Schalter, ja. So, ich schätze mal, da geht es in den Raum rein, wo wir die gerade alle erledigt haben, nein, hier geht es wieder zurück, ach da, du hast mir auch gefehlt, Klipsa. Was genau ist jetzt hier? Hä? Ich dachte jetzt hier ist wenigstens irgendwas, was das Ganze rechtfertigt. Ah, schau mal, na guck. Ne, hier waren wir doch auch drin, das war doch der Ausgang, ja. Ich blicke hier gerade nicht durch. Was soll das Ganze jetzt bitte gebracht haben unterm Stich? Hm, egal. Keine Ahnung, was das Ganze jetzt gebracht hat, aber... Ich hoffe, es hat irgendwas gebracht. So, was ist jetzt, ist das wirklich hier? Ja, ist das hier offen. Aber doch nicht. Ach, Quatsch, wir können auch springen. Drei Magier als Ende, ernsthaft jetzt? Wie einfallslos. So, ich glaube mal, da treten wir jetzt den Schöpfer gegenüber. Ja. Na gut, da muss ich mal sagen, dass... Ey, dann haben wir heute ein ganzes Hauptgesch... Dann haben wir heute... Ich krieg dich doch gleich mal von Bord. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier echt ein Gesamtluss abgeschafft. Das ist geil. Oh. Und die nächste Woche wird lustig. Na gut, aber das ist jetzt nächste Woche. So. Äh, ja. In dem Sinne... Hexen ad. Dann sind wir jetzt, äh... Ja, da sehen wir uns morgen wieder zurück mit Mindhast. In dem Fall endlich mal wieder Mindclone. Yay. Äh, ja. So schaut's aus.